Bei 10.000 Likes mache ich einen Doubleback-Club. Hello YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Channel. Ja Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute einen kleinen, aber feinen Rope Swing in den Fluss rein. Andy ist auch am Stüssel. Hallo Andy. Andy heult rum, weil es so kalt ist. Aber Leute, wir haben diesen Spot über einen Freund gefunden und ich bin mal gespannt, wie es so wird. Ich hoffe, das Wasser ist nicht zu kalt und vielleicht können wir ein paar Flips reinziehen. Bist du ready? Nein. Oh mein Gott. Andy macht den ersten Sprung und ich war noch gar nicht im Wasser. Ich glaube, es ist kalt. Oh mein Gott, das ist kalt. Ich hätte ja gesagt, das ist kalt. Leute, es ist so kalt. Ah, das ist so kalt. Ah, das ist so kalt. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, mein Träb voll ab, ey. Mega geil. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, mein四. Oh! Oh, nein! Oh, Mann! Oh, Alter. Oh, Alter. Okay, Freunde. Es ist eigentlich relativ schwierig, ne? Voll. Ich habe gedacht, man macht einfach easy, so Flips und sowas von runter. Aber es ist so schwer, einfach sich dran zu halten. Vor allem, wenn man in den Full Speed reingeht. Warum, du hängst immer tiefer, als du eigentlich denkst. Das ist echt so. Wir hängen immer so kurz vorm Wasser. Und dann, ja, keine Ahnung. Aber es macht übel Bock. Ich sage immer in meinen Videos, es macht übel Bock. Aber es macht auch übel Bock. Und dafür ist auch dieser Channel da, um Sachen zu machen, die übel Bock machen. Deswegen, Leute. Liken und abonnieren. Immer schön einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo da lassen. Wie mehr solche Videos. Und habt ihr irgendwelche Ideen, die wir hier machen können? Schreibt uns mal Challenges zum Rope Swing in die Kommentare. Ich habe Wasser in die Nase bekommen. Leute, lasst einen Daumen nach oben. Dann werden die jetzt auch wasser in die Nase bekommen. So geil, ey. Oh fuck! Das war so knapp. Und ein Challenge. So weit unten greift wie möglich. Und dann bist du halt saunah am Wasser. Aber du darfst das Wasser einfach nicht berühren trotzdem. Okay, ich sage, du schaffst es nicht. Ich merke, ich schaffe es selbst, Junge. Okay, let's go. Alter. Okay, das muss ich auch machen. Zieh deinen Hit, Alter. Scheiße. Voll um meinen Arsch. Ich mache jetzt ein Brett. Okay, Leute. Liked, wenn ihr den Schmerz gerade auch gefühlt habt, so wie ich. Okay, Leute. Andy of Secret Mission. Und checkt das aus. Ich habe noch mehr Ropes entdeckt. Mega nice. Wird auf jeden Fall gleich nochmal ausgecheckt. Okay, wir sind jetzt da. Andy holt schon die Seile. Die sind einfach viel länger als die anderen. Und die schaut einfach viel nicer aus. Aber schauen wir, man kann theoretisch auf diesen Baumstamm drauf. Und von dem aus mit dem Seil dann irgendwie so schwingen. Alter, das geht richtig hoch, Mann. Ja? Holy shit. Nein, nein. Ich komme zurück. Ich wollte nur... Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, let's go. Oh, oh, oh. Leute, das Problem ist natürlich auch, wir sind so dumm gewesen und waren heute drei Stunden klettern und jetzt machen wir hier die Seilschwinge. Und deswegen, ich tue meine Finger ein bisschen weh. Aber der Andy übertreibt. No, 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 fuck you. Ich glaube, das ist so übel. Willst du das machen? Ich hätte ein bisschen Schiss an deiner Stelle. Leute, schau dir das mal. Alter, du musst halt Minimum vier Meter weit schwingen, ne? Auf jeden Fall, Leute. Daumen hoch. Was du es seid, Daumen hoch dafür. Ich werde sterben. Oh fuck, Alter. Oh mein Gott, wie geil. Alter. Das ist es so wert. Hat er nicht gemacht. Alter. Jetzt muss ich auch. Ja, Mann. Scheiße. Du musst, das ist... Oh. Oh. Ist es geil? Ja, Mann. Fuck, Mann. Shit. Junge, ich habe mega Schiss. Kann ich das halten? Ja. Wirklich? Easy. War so geil. Auch mit kaputten Fingern? Ja, das macht sich richtig. Eigentlich lieber nur an der Katze. Das nur aufpassen, Alter. War nicht schön, war nicht. Ich hatte keine Mauer. Freunde, da war gerade einfach so ein nackter Mann, der uns gezeigt hat, wie wir hier richtig swingen sollen. Ultra-random einfach. Ultra-random. Aber ich habe es nicht gefilmt, Leute. Der Spekt muss sein. Ja. Ich habe schon gedacht, der schwingt zurück. Oh, es ist so scary, Mann. Ohne Spaß. Du musst dich länger festhalten. Andy macht es mit der Pfoten. Die ist halt kürzer. Und, naja, das Seil ist auch ein bisschen dünner. Pack mal ein paar so, ob ich auch. Oh. Die ist mit der Pfoten. leute ist einfach so nah bei uns so ein geiler sportmann mega falls ihr noch keinen daumen nach oben da gelassen habt lasst unbedingt einen daumen nach oben da ist kein mord ist ein klick für euch für mich ist mega support und vielen dank weil sie noch nicht abonniert abonniere doch den kanal und für die ganzen neuen abonnenten macht er jetzt ein salto ich hoffe er kann sich festhalten ich kann heute nichts mehr machen leute meine finger sind so durch wir waren irgendwie drei stunden klettern davor und ja jetzt voll die blasen an den händen und so nächstes mal ohne klettern dann wird richtig geballert bei 10.000 likes mache ich ein double backflip ok leute dann ich mache einen weg und endlich macht dahin deswegen dann von hier und macht dann dort ein double backflip ok also lassen weiter sofort sofort abonnieren junge du bist so eine maschine alle leute schaut euch sein sixpack ein 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017